Apropos faul. Faul, genau, schönes Stichwort. Einige Politiker waren zu faul, ihre Doktorarbeit selbst zu schreiben oder haben ziemlich viel übernommen. Aber Hand aufs Herz, in welchem Umfang würden Sie schummeln? Dazu ein Test, den wir gemacht haben an der Uni in Köln. Wir haben einen vermeintlichen Ghostwriter auf den Campus geschickt und dort dann günstig seine Dienste angeboten. Fremde Hilfe bei Haus-, Bachelor- oder Masterarbeit gefällig? Bei Diplomkaufmann Akin haben Studenten in Köln heute die einmalige Gelegenheit. Also Sie schreiben Arbeit oder Sie korrigieren Arbeit? Also ich mache im Grunde alles rundherum, sei es Gliederung, Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Diplom. Also Ghostwriting. Genau. Und da kann ich auch volle Unterstützung geben. Denn Kemal Akin hat schon längst sein Diplom als Wirtschaftskaufmann in der Tasche. Er ist heute unser Lockvogel und testet, inwiefern sich Studenten gegen Bezahlung auf fremde Hilfe auf die Hilfe eines Ghostwriters einlassen würden. Hallo, Kemal Akin mein Name. Bist du BWL-Student? VWL-Student. VWL. Ist ja im Grunde fast das Gleiche. Ja. Ich habe selber auch das mal studiert. Ich bin Diplomkaufmann. Ja. Kann ich dir auch zeigen. Und ich wollte dich fragen, ob ich eventuell deine Hausarbeit später schreiben könnte. Ah. Weißt du, es ist so. Hast du eine Visitenkarte? Nee, das nicht. Aber eine Telefonnummer. Ich habe das oft gemacht. Und ich kann dir vieles versprechen, dass ich da mindestens eine 2 schreibe. Okay. Dann gib mir mal deine Telefonnummer. Aber sei sorgsam mit meiner Nummer. Also 0172. Alles klar. Ich freue mich. Vielleicht komme ich darauf zurück. Ja, ich freue mich. Danke. Schon auf dem Weg von hier, von da drüben nach hier, merkt man dann schon so, Moment, was hast du eigentlich gerade gemacht und so. Ja, zum Glück hat der nicht deine Nummer und deinen Namen nicht und so. Und vielleicht siehst du ihn auch nie wieder. Ist ja alles gut. Aber persönlich finde ich schon interessant. Also einfach mal anzurufen und zu fragen, wie der das dann machen würde oder so. Ob ich es dann in Anspruch nehmen würde? Nee, würde ich nicht. Ich hätte auch viel zu viel Schiss davor, dass der das dann einfach kopiert. Er scheint also vorsichtig zu sein, was längst nicht jeder von sich behaupten kann. Hallo. Hallo. Himal Akin mein Name. Studierst du BWL? Ich sehe dich gerade. Du kommst aus der Universität. Ja, ja, ich studiere BWL. Ja. Hast du Interesse, dass ich dir deine Hausarbeit schreibe für sehr wenig Geld? Wir können über den Preis auch handeln. Was heißt denn wenig Geld? Ja, so Hunderter hatte ich mir schon vorgestellt. Aber wie gesagt, ich würde das am liebsten so machen. Ich gebe dir meine Nummer, ja, und dann meldest du dich bei mir und anschließend reden wir über alles. Okay. Ja, ich meine, es ist halt viel Stress momentan und so schlimm ist es wohl auch nicht bei einer Hausarbeit, denke ich mal. Und ja, ich würde mich nochmal mit ihm unterhalten zumindest. Es ist halt eine Hilfe, die man annehmen könnte. Aber das würde man machen? Ja, im Zweifelsfall schon. Okay. Hat man denn dann keine moralischen Bedenken oder Ähnliches bei sowas? Zumindest bei der Hausarbeit habe ich sie nicht direkt. Also, weil es jetzt nicht entscheidend ist für das Studium oder so ja. Wo wolltest du bedenken? Ja, bei der Abschlussarbeit, Bachelorarbeit dann. Bei ihm steht die Bachelorarbeit demnächst an. Ob er sich illegal helfen lässt? Ja, das meine ich auch. Wenn du willst, kann ich dir deine Bachelorarbeit schreiben für sehr wenig Geld. Okay. Ich habe da Routine. Ich habe das schon mehrmals gemacht. Okay. Und... Gib mir doch einfach mal deine Nummer. Das wäre doch am besten. Das wollte ich als nächstes sagen. Also, äh... Das wäre doch perfekt. Gib das bitte ein. So, eins, sieben, zwei. Ja. Weil mir einfach die Zeit dazu fehlt. Ich sage ganz klar, ich arbeite Vollzeit, studiere nebenbei. Die Zeit fehlt mir. Und andere machen es doch auch. Moralisch hast du keine Bedenken? Vielleicht ein bisschen, aber jetzt so ganz heftig, nee. Es hält sich noch in Grenzen, sage ich mal. Er mag wenig bis keine Bedenken haben. Unberechtigt. Denn mit gefälschten Arbeiten und Dokumenten tut man sich keinen Gefallen. Das ist Betrug, warnt Pfarrer Dietmar Heeg. Ihr sollt einander nicht betrügen, so steht es schon im Alten Testament. Und dieser Aufruf gilt nicht nur für das Leben im Allgemeinen, sondern auch für das wissenschaftliche Leben, für den universitären Bereich. Und deshalb geht es nicht, dass man Diplomarbeiten, Seminararbeiten, Hausarbeiten einen doch von anderen schreiben lässt. Es geht doch um gegenseitiges Vertrauen. Das kennen wir ja aus dem normalen Leben auch. Und ich finde, das muss auch im universitären, im wissenschaftlichen Bereich gelten. Und wenn ich merke, ich komme an meine Grenzen, dann muss ich vielleicht diese Grenzen auch mal akzeptieren und das Schummeln bitte lassen. Was auffällt, Studenten, die Interesse an den Diensten eines Ghostwriters hätten, finden wir genug. Aber wie sieht es mit Studentinnen aus? Hallo, Kemal Aiken, mein Name. Ich wollte was fragen. Wenn du willst, kann ich deine Hausarbeit, sprich später Bachelorarbeiten schreiben? Und dir dann später... Wenn du willst, kann ich dir deine Hausarbeit oder Bachelorarbeit auch schreiben? Ne, danke. Ich kenne bitte da. Ne, ne, ich schreibe meine Arbeiten lieber selber. Sicher? Ja, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg. Und dabei bleibt es auch. Studentinnen hätte Kemal heute nicht als Kunden gewinnen können. Ihre männlichen Kommilitonen wären da um einiges unvorsichtiger gewesen. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat1-Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat1-Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns. Ja, viel Spaß, wir sehen uns.